3, 2, 1, go! Sammy, ob lange über die Flügel oder kurz durch die Mitte, der schnelle Pass eröffnet die Chance zum Tor. Und die schnelle Antwort eröffnet Einblicke in dein Leben. Würdest du auf meine schnellen Fragen kurz und direkt antworten? Ich versuche es. Ich lege einfach mal los. Real Madrid oder Juventus Turin? Super erste Frage. Beide mega Vereine. FC Bayern oder VfB Stuttgart? VfB Stuttgart. 9-1-F Carrera oder Cayenne Turbo? Cayenne Turbo. Das beste Spiel meiner Karriere war? Weltmeisterschaft 2014 Halbfinale gegen Brasilien. Das schönste Tor meiner Karriere war? 2-2-Ausgleich VfB Stuttgart gegen Bayern München in der 91. Minute. Schwäbische Alb oder Kormersee? Kormersee. Mein sportliches Vorbild ist? Ich hatte als jugendlicher Sinedine Zidane als großes sportliches Vorbild. Mein bester Trainer war? Jose Mourinho. Fährst du lieber im Mannschaftsbus oder im Sportwagen? Im Mannschaftsbus. Wer ist besser? Messi, Ronaldo oder Lewandowski? Alle drei genial auf ihre Art und Weise. Aber ich glaube, wenn ich entscheiden müsste, Cristiano Ronaldo. Bist du ein Träumer oder ein Realist? Träumer, Denker, Macher. Welche WM-Elf war die beste aller Zeiten? 54, 74, 90 oder 2014? Letztere. Kannst du mir schneiden. Vielen Dank, Servi. Ich hoffe zu danken. Sehr schöner Antrag. Danke, danke.